Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute soll es mal um den sogenannten Tilt-Shift-Effekt in Lightroom gehen. Und wie man das genau macht, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Der Tilt-Shift-Effekt, der wird auch gerne als Spielzeug-Landschaftseffekt bezeichnet, weil es halt so aussieht, als könnte man damit eine Spielzeug-Landschaft so ein bisschen simulieren. Du kennst es vielleicht so aus Modelleisenbahnen oder so. Wenn man die fotografiert, dann hat man sehr schnell einen sehr unscharfen Bereich und nur einen ganz bestimmten kleinen Bereich, der besonders scharf ist. Und genau diesen Effekt kann man damit auch erzeugen. Ursprünglich war dieser Effekt gar nicht dafür gedacht, aber viele nutzen ihn inzwischen ganz gerne. Und eigentlich das beste Ergebnis erzielt man, wenn man ein sogenanntes Tilt-Shift-Objektiv dafür besitzt. Genau das kann man dann alles nämlich mechanisch lösen. Aber für Anfänger gerade, die jetzt noch nicht so viel Geld in die Fotografie investieren wollen, für die ist so ein Objektiv meistens dann doch ein bisschen zu teuer. Und deswegen kann man diesen Effekt auch einigermaßen gut in Lightroom oder Photoshop simulieren. Und genau das möchte ich dir jetzt mal zeigen anhand dieses Bildes hier, was ich damals in Dubai geschossen habe. Für so einen Effekt bietet sich es immer an, wenn man ein Bild hat, wo man so ein bisschen nach unten fotografiert hat und sehr viel Räumlichkeit im Bild hat. Also sehr diesen 3D-Effekt. Und das hat man ja hier in diesem Bild. Man sieht schon eindeutig, dass diese Straße nach hinten geht. Okay, ich werde erst mal ganz kurz hier so ein ganz bisschen meine Grundbearbeitung machen, aber wirklich nur ganz schnell. Ich werde hier so ein bisschen Tiefen auffällen, Lichter abdunkeln und dann hier meinen Kontrast noch setzen mit den Weiß- und Schwarzwerten. Ich mache das jetzt hier auch gerade mal ohne gerückte Alltasse, sondern ich mache das jetzt hier wirklich nach Augenmaß. Und ich gucke auch hier so ein bisschen aufs Histogramm, dass wir wirklich an beiden Rändern einigermaßen hier fast an den Rand stoßen. So gefällt mir das schon ganz gut. Der Weißabgleich ist mir deutlich daneben geraten. Hier ist viel zu viel Magenta drin, deswegen nehme ich das hier mal so ein bisschen raus. Insgesamt ist es auch noch ein bisschen gelbstichig und deswegen werde ich das Ganze hier so ein bisschen korrigieren. Aber es soll ja gar nicht so sehr darum gehen, sondern wirklich mehr um diesen Tilt-Shift-Effekt. Deswegen jetzt hier ganz kurz nur noch ein bisschen Sättigung raus. Ich werde hier auch die Gelb-, Orange- und Rot-Töne noch so ein bisschen entsättigen. Und vielmehr will ich hier gar nicht machen. Die Profilkorrekturen werde ich nur aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Du siehst jetzt auch schon, dass ich das Bild gar nicht hier global nachschärfe. Und das hat auch einen besonderen Grund, den werde ich dir jetzt gleich zeigen. Jetzt kommen wir aber direkt zu dem Tilt-Shift-Effekt und den macht man hier mit dem Verlaufswerkzeug. Das Verlaufswerkzeug wähle ich jetzt hier mal an und jetzt öffnet sich hier eine neue Palette, wo man alles anwählen kann, was man in diesem Verlauf bearbeiten möchte. Und in meinem Fall ist das jetzt hier die Schärfe und die möchte ich jetzt hier mal auf minus 100 setzen, denn ich möchte das ganze Bild oben und unten jetzt der Schärfe entziehen. Und genau das kann ich damit erreichen. Ich werde also die Schärfe komplett rausnehmen. Ich werde jetzt so ein bisschen Klarheit noch rausnehmen, um auch so ein bisschen die Mikro-Kontraste zu entfernen. Und ja, ich denke mal, so können wir jetzt schon mal anfangen. Ich werde jetzt hier als erstes mal einen Verlauf von hier oben nach unten ziehen. Und du wirst auch schon das so ein bisschen jetzt sehen, diesen Effekt. Allerdings ist der jetzt noch wesentlich zu schwach. Und was können wir dagegen tun? Ja, wir können mehrere solcher Verläufe erzeugen und das auch in unterschiedlichen Stärken. Das heißt, ich habe jetzt hier einen sehr großen Verlauf aufgezogen. Und wenn ich jetzt hier das nächste Mal in das Bild reinklicke, dann ziehe ich automatisch einen zweiten Verlauf auf. Da muss man immer so ein bisschen darauf achten, dass der ungefähr im selben Winkel ist. Aber ich kann ihn halt von der Länge her anders bestimmen. Und dadurch wird diese Verlaufskante hier entweder härter oder schwächer. So, und das werde ich jetzt hier einfach ein paar Mal tun, bis mir der Effekt stark genug ist. Ja, also hier oben. Da sieht man jetzt schon, wie hier die Schärfe aus dem Bild hinausgeht. Und je öfter ich das jetzt hier mache, umso stärker wird dieser Effekt hier oben. Ich denke mal, dass jetzt hier vier Verläufe reichen sollten. Und das Gleiche werde ich jetzt hier unten auch nochmal tun. Ich werde jetzt also von hier unten auch wieder einen Verlauf aufziehen. Achte dabei darauf, dass der Winkel von diesen Verläufen auch wieder gleich oder ungefähr gleich dem ist, was wir oben gemacht haben. Damit man einfach diesen Effekt relativ gut dabei hat. So, jetzt werde ich jetzt hier auch wieder ein paar Verläufe in unterschiedlicher Stärke aufziehen. Und du siehst jetzt auch schon, wie jetzt hier in dem unteren Bereich das ganze Bild deutlich unschärfer wird. Ich mache jetzt einfach so oft, wie es mir dann gefällt, wie es gut aussieht. Ich denke mal, einen werden wir noch machen. Und dann können wir das Ganze hier auch schon so lassen. Vielleicht nehme ich die Klarheit sogar noch ein bisschen mehr raus. Jetzt muss man darauf achten. Ich habe jetzt hier mehrere Verläufe aufgezogen, dabei allerdings nie auf neu geklickt. Das heißt, wenn ich jetzt hier was in diesen Verläufen ändere, dann ändere ich wirklich alle Verläufe. Und das wirst du jetzt auch hier auch schon sehen. Wenn ich jetzt hier die Klarheit nach oben oder nach unten setze, dann wird sich auch was in den Verläufen oben tun. Die Klarheit sollte man jetzt hier nicht zu weit nach unten setzen. Sonst siehst du schon, was passiert. Sonst wirkt das Ganze sehr, sehr unrealistisch. Das möchte ich vermeiden. Aber ich denke mal so, ja, minus 24 ist das schon okay. Das Rauschen könnte man vielleicht auch noch so ein bisschen rausnehmen. Dadurch wird das ganze Bild auch noch so ein bisschen feiner, matschiger. Und genau das kann man ja hiermit dann auch erreichen. Ich denke mal, so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Jetzt kann ich das Ganze hier nochmal in der Vorher-Nachher-Ansicht machen. Also so sieht das Ganze ohne die Verläufe aus. Und so sieht das Ganze mit den Verläufen aus. Und jetzt hat man schon einen ganz coolen Tilt-Shift-Verlauf hier drin. Gefällt mir so schon ganz gut. Jetzt habe ich ja gesagt, dass ich das Bild nicht insgesamt schärfen möchte. Denn es wäre natürlich Schwachsinn, hier diese Bereiche auch mitzuschärfen, die ich jetzt hier von der Schärfe wieder befreit habe. Und deswegen werde ich das Ganze diesmal lokal machen. Und dazu nehme ich jetzt hier meinen Pinsel. Und dann werde ich den ganzen Pinsel hier auch nochmal zurücksetzen, indem ich hier auf die Alt-Taste drücke. Dann auf Zurücksetzen hier oben klicke. Und dann die Schärfe hier nach oben stelle. Und ihr kennt ja meinen Standardwert von 80. Genau den werde ich hier wieder nehmen. Ich kann jetzt hier den Pinsel noch in der Größe ein bisschen verstellen. Und dann werde ich hier meine Schärfe von 80 in die Bildmitte wieder reinmalen. Aber wirklich, wie gesagt, jetzt hier nur in dieser Bildmitte. Denn alles andere soll ja unscharf bleiben. So gefällt mir das Ganze schon ganz gut. Ich drücke jetzt hier auf Fertig. Dann kann ich hier noch nach unten gehen. So eine kleine Vignette vielleicht noch einfügen. Ja, schließe das ganze Bild noch ein bisschen ab. Und dann ist das Bild eigentlich so auch schon fertig. Beziehungsweise der Effekt, den wir erzielen wollten, der ist gegeben. Du kannst das Ganze jetzt natürlich noch ein bisschen stärker machen. Du kannst noch mehr Verläufe einfügen, um den Effekt noch ein bisschen zu verstärken. In Photoshop gibt es da auch ganz gute Möglichkeiten. Vielleicht sogar noch bessere Möglichkeiten als in Lightroom. Und wenn dich das Thema interessiert, dann kannst du das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich dann auch nochmal ein Video, wie man das Ganze in Photoshop machen kann. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal betonen, dass es natürlich die nicht optimale Variante ist, das Ganze in der Post-Production zu machen. Sondern optimal wäre es natürlich, wenn man das Ganze schon mit einem Tilt-Shift-Objektiv fotografiert. Natürlich ist mir bewusst, dass viele Anfänger von euch jetzt gerade auch nicht das Geld haben werden und auch nicht das Geld investieren wollen in ein Tilt-Shift-Objektiv. In ein Objektiv, was man vielleicht nur ein, zwei Mal im Jahr auspacken wird für so einen Effekt. Und deswegen ist diese Variante jetzt hier, die ich euch gezeigt habe, wahrscheinlich auch die bessere. Aber es wird vielleicht auch ein paar Profis jetzt geben, die dieses Video sehen. Und dann sagen wir, was ist das jetzt hier für ein Video, was soll das? Kann ich natürlich vollkommen verstehen. Aber wie gesagt, jetzt für die Anfänger ist das, denke ich mal, die beste Variante. Okay, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann kannst du gerne oder könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du noch Fragen oder wenn ihr noch Fragen dazu habt, postet sie gerne unten in den Kommentaren. Postet auch gerne weitere Video- und Tutorial-Vorschläge, die ihr so habt, die euch einfallen. Ich freue mich da immer sehr über Kommentare. Ich freue mich auch über die Daumen nach oben. Aber besonders freue ich mich auch immer noch, wenn du noch einen Kommentar gibst. Denn das motiviert immer besonders. Und da habe ich ein bisschen was zum Lesen. Ich freue mich immer, wenn da positives Feedback von euch kommt. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich am Sonntag wieder zum nächsten Video. Bis dahin alles Gute, viel Spaß beim Bearbeiten, viel Spaß beim Fotografieren und nur das Beste für dich. Ciao.